Wir haben von Anfang an eine andere Philosophie gehabt und sicher zwei Unentschieden kann man nicht über das Gedanken machen. Wir brauchen zwei Siege, weil so viele Spiele haben wir noch, aber zuerst konzentrieren wir uns auf Ungarn. Auf das erste Spiel probieren wir dort alles zu geben, drei Spiele zu holen und so auch einen positiven Schwung nach Lissabon zu bringen. Ja, wenn man gegen eine Nationalmannschaft oder vier Nationalmannschaften spielt, dann versucht man alles zu geben. Jedes Spiel ist sehr wichtig, so wird für uns dieses Spiel gegen Ungarn sehr wichtig sein. Aber auch für sie, für Staff, für alle zusammen, weil sie nicht das, was sie erwarten haben. Und sicher, sie sehen die letzten zwei Möglichkeiten, die letzten zwei Spiele als Chance auch zur weiteren Entwicklung. Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.